Wie gut ist die Payback American Express Kreditkarte? Ist sie wirklich kostenlos? Wie viele extra Payback-Punkte kann man mit ihr sammeln und sind die Punkte in Bargeld eintauschbar? In diesem Video stellen wir dir die beliebte Cashback-Kreditkarte vor. Wir zeigen dir die Vorteile, aber auch die Nachteile und wie du das meiste aus ihr herausholst. Am Ende sagen wir dir, ob sie sich für dich lohnt und ob es eventuell eine bessere Alternative für dich gibt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Legen wir los. Einlösen von Payback-Punkten Wie der Name schon sagt, bietet die Amex Payback-Kreditkarte eine Payback-Funktion. Die bei den Kartenzahlungen gesammelten Punkte kannst du dann auf 5 Arten einlösen. 1. Tausch gegen Prämien Der Payback-Prämienshop bietet eine große Auswahl an Prämien, aus denen du wählen kannst. Bei den Prämien handelt es sich ausschließlich um Markenware, z.B. von Adidas, Apple, JBL, Lenovo, Sennheiser, Sony und vielen weiteren und das aus den verschiedensten Kategorien. Darunter z.B. Kochen, Haus und Garten, Sport und Freizeit, Reisen, Bücher und Zeitschriften, Bad und Wellness, Luxus, Technik und Spiele. 2. Tausch gegen Einkaufsgutscheine Findest du unter den angebotenen Prämien nicht das Richtige für dich, kannst du zudem auch aus einer Vielzahl an Einkaufsgutscheinen wählen. Auch hier stehen dir bekannte Marken zur Auswahl, u.a. Adidas, Douglas, Ernstings Family, H&M, Ikea, Thalia und Chibo. 3. Auszahlung auf dein Girokonto Auch eine Auszahlung in Form von Geld auf dein Girokonto ist möglich. Dabei kannst du selbstverständlich auch nur einen Teil deiner gesammelten Payback-Punkte als Geldbetrag auf dein Konto überweisen lassen. 4. Punkte gegen Flugmeilen tauschen Wenn du Vielflieger bist, dann ist auch der Tausch gegen Meilen für das Miles & More Programm der Star Alliance interessant. Deine Payback-Punkte kannst du nämlich 1 zu 1 in Meilen tauschen. Wenn du die Amex Payback-Karte ausschließlich zu Meilen sammeln nutzen möchtest, dann ist das Meilen-Abo sehr bequem. Mit ihm werden deine Payback-Punkte zweimal jährlich automatisch in Miles & More Meilen umgewandelt, wenn der Punktebestand mindestens 200 Payback-Punkte beträgt. Später im Video verraten wir dir, wie du mit der Payback American Express Karte sogar mehr Punkte sammeln kannst, als mit den kostenpflichtigen Miles & More Karten. 5. Bezahlen mit Payback-Punkten Einige Payback-Partner erlauben auch die Zahlung mit Payback-Punkten in ihren Filialen und Online-Shops. Möglich ist das bei Aral, DM Drogeriemarkt, Real, Apollo Optik, WMF, Thalia, Fressnapf, Depot, Dener, Tegeschwendner, Yusk, Burger King, Telekom Shops, Haar Hotels, Holab, Linde Apotheken und Deine Apotheke. Unser Tipp? Bei Nutzung der American Express Payback-Kreditkarte zum Sammeln von Punkten macht es keinen Sinn, die gesammelten Payback-Punkte für Einkaufsgutscheine oder zum Bezahlen von Einkäufen zu nutzen. Denn für die Einlösung bekommst du keine neuen Punkte. Zahle lieber immer mit der Karte, sammle so mehr Punkte und lass sie dir immer als Bargeldbetrag auf dein Konto oder in Form von Meilen auszahlen. Die 12 Vorteile der American Express Payback-Kreditkarte Vorteil Nummer 1. Du zahlst keine Jahresgebühr. Die Payback American Express Card ist kostenlos. Das heißt, es wird keine Jahresgebühr berechnet. Dafür ist auch keine Mindestnutzung nötig. Vorteil Nummer 2. Eine Partnerkarte ist inklusive. Auch eine Partnerkarte kannst du ohne Gebühr dazu bestellen und so mit einem Partner gemeinsam Punkte sammeln. Vorteil Nummer 3. Du hältst zusätzliche Payback-Punkte. Mit der Amex Payback-Kreditkarte sammelst du, genau wie bei der regulären Payback-Karte ohne Zahlfunktion, bei allen Payback-Partnern die regulären Punkte. Du kannst außerdem natürlich auch die Coupon-Aktionen nutzen, bei denen du extra Punkte sammelst. Darüber hinaus erhältst du bei jeder Zahlung mit der American Express Karte zusätzlich einen Payback-Punkt je 3 Euro Umsatz. So punktest du doppelt. Vorteil Nummer 4. Du sammelst auch bei Nicht-Payback-Partnern Punkte. Mit der Payback-Kreditkarte von American Express sammelst du nicht nur beim Einkauf bei Payback-Partnern Punkte, sondern bei allen Händlern und Dienstleistern. Ausgenommen von den Zusatzpunkten sind nur Kartenzahlungen an Tankstellen. Hier erhältst du nur beim Payback-Partner Araldi normalen Punkte. Generell hat American Express zwar nicht so viele Akzeptanzstellen wie Visa oder Mastercard, aber in allen Supermarktketten Deutschlands wie Aldi, Lidl, Revo oder Edeka und auch in den meisten anderen Geschäften wie Drogeriefilialen, Modeketten und so weiter kannst du mit Amex bezahlen. Mit einem Trick kannst du online übrigens auch da Punkte sammeln, wo man eigentlich nicht mit American Express oder auch anderen Kreditkarten bezahlen kann. Viele Shops und Verkäufer bei Ebay bieten dir nämlich die Möglichkeit, mit Paypal zu bezahlen. Wenn du bei Paypal deine American Express Kreditkarte zur Abbuchung angibst, sammelst du bei jeder Paypal-Zahlung Payback-Punkte. Vorteil Nummer 5. Willkommensbonus für Neukunden American Express belohnt dich mit einer Willkommensprämie, wenn du die Payback-Kreditkarte bestellst. Dabei erhältst du Payback-Punkte, die deinem Punktekonto gutgeschrieben werden. Die Höhe der Willkommensprämie variiert. Wie viele Punkte du für die Beantragung der Karte im Moment erhältst, erfährst du unter dem Link in der Beschreibung. Vorteil Nummer 6. Payback-Punkte verfallen nicht Normalerweise verfallen Payback-Punkte, die du nicht eingelöst hast, nach 36 Monaten und werden dann jährlich am 30. September aus dem Kartenkonto gelöscht. Ist aber deine American Express Payback-Karte mit deinem Payback-Konto verknüpft, bleiben deine Punkte unbegrenzt gültig, solange du weiterhin am Payback-Programm teilnimmst. Verfallen können sie dann trotz der Kreditkarte nur, wenn du drei Jahre lang keine neuen Punkte mehr sammelst. Vorteil Nummer 7. Bis zu 36 Tage zinsfreier Kredit Alle Zahlungen werden einen Monat lang gesammelt und dann zusammen einmal monatlich abgerechnet. Den aufgelaufenen Saldo kannst du dann auf Wunsch automatisch per Lastschrift von deinem Girokonto abbuchen lassen. Der Lastschrifteinzug erfolgt fünf Tage nach Erstellung der Abrechnung. So erhältst du ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 36 Tagen vom Tag der Zahlung bis Zurückzahlung. Vorteil Nummer 8. Die Kreditkarte bietet eine Einkaufsschutzversicherung inklusive. Wenn du Produkte mit der American Express Karte kaufst, profitierst du mit der enthaltenen Einkaufsschutzversicherung von einem verlängerten Rückgaberecht von 90 Tagen. Die maximale Deckungssumme je Schaden beträgt 300 Euro und sie ist auf 1200 Euro pro Jahr beschränkt. Der Mindestwarenwert beträgt 30 Euro. Ausgeschlossen sind Schmuck, Münzen, Bargeld, Antiquitäten, Dienstleistungen und Eintrittskarten. Vorteil Nummer 9. Du kannst kontaktlos bezahlen Die American Express Karte enthält einen NFC-Chip. Dank ihm ist kontaktloses Zahlen möglich. Beträge von bis zu 50 Euro kannst du so ohne PIN und Unterschrift bezahlen. Du hältst einfach die Karte vor das Lesegerät und der Betrag wird abgebucht. Vorteil Nummer 10. Mobiles bezahlen Auch mobiles Bezahlen mit deinem Smartphone ist möglich. Dafür kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay kostenlos nutzen. Es spielt also keine Rolle, ob du ein Apple iPhone oder ein Android Smartphone besitzt. Auch Smartwatches von Apple oder anderen Herstellern mit Android-System lassen sich für das mobile Bezahlen nutzen. Die Nutzung von Apple Pay und Google Pay ist kostenlos für dich. Vorteil Nummer 11. Noch mehr Payback-Punkte durch Punkte-Turbo Mit dem auf Wunsch zubuchbaren Payback-Max-Turbo bietet dir Amex die Möglichkeit, noch mehr Payback-Punkte zu sammeln. Aktivierst du ihn, bekommst du nämlich nicht ein Payback-Punkt je 3 Euro Umsatz, sondern zwei Punkte. Der Payback-Max-Turbo kostet jährlich 35 Euro. Ein Payback-Punkt hat, wenn du ihn aussahlen lässt, einen Wert von einem Cent. Um die 35 Euro Kosten für den Turbo auszugleichen, benötigst du also 3500 zusätzlich gesammelte Payback-Punkte. Wenn du mit der Karte im Jahr 10500 Euro, also monatlich rund 580 Euro umsetzt, ist das Payback-Max-Turbo-Programm bezahlt und alles darüber hinaus bringt dir zusätzlichen Cashback. Interessant ist das Max-Turbo-Programm vor allem auch für Meiß & Moor-Meilensammler. Durch den Umtausch von Payback-Punkten in Meiß & Moor-Meilen im Verhältnis 1 zu 1 kannst du hier nämlich sogar mehr Meilen sammeln als mit den Meiß & Moor-Kreditkarten selbst. Vorteil Nummer 12 Sicherheit gegen Diebstahl und Kartenmissbrauch Push-Benachrichtigungen via App nach jeder Zahlung sowie Express-Benachrichtigungen über verdächtige Kontobewegungen per E-Mail oder SMS sorgen für zusätzliche Sicherheit. Bei Verlust der Karte ist deine Haftung auf höchstens 50 Euro begrenzt. Bei unverschuldetem Diebstahl entfällt der Eigenanteil. Bei Beantragung der Karte kannst du übrigens deine Wunsch-PIN frei wählen. So kannst du sie dir leichter merken. Die Nachteile der Payback American Express Kreditkarte Neben den vielen Vorteilen der Amex Payback-Karte gibt es natürlich auch hier Nachteile und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1 Fremdwährungsgebühren Wenn du in Ländern, die nicht den Euro als Landeswährung haben, Geld abhebst oder mit der Karte bezahlst, werden Fremdwährungsgebühren in Höhe von 2% berechnet. Für Reisen außerhalb der Eurozone solltest du daher eine zusätzliche kostenlose Reisekreditkarte im Portemonnaie haben. Unsere Empfehlung dafür verlinken wir unter dem Video. Nachteil Nummer 2 Abhebegebühren Beim Geldabheben am Automaten fallen Gebühren in Höhe von 4%, mindestens aber 5 Euro an. Vermeide Bargeldabhebungen mit der Amex und nutze dafür zum Beispiel die Karte, die du von deiner Bank für dein Girokonto erhalten hast. Lohnt sich die American Express Payback Kreditkarte? Unsere Bewertung Die Payback Kreditkarte von American Express lohnt sich auf jeden Fall. Es werden keine monatlichen oder jährlichen Gebühren berechnet und das ohne Bedingungen. Du brauchst also keinen monatlichen Mindestumsatz oder ähnliches. Mit jeder Zahlung, auch bei Nicht-Payback-Partnern, sammelst du Payback-Punkte, die du in Geld auszahlen lassen kannst. Zahlst du bei Payback-Partnern, erhältst du zusätzlich auch die normalen Punkte. Hier kannst du natürlich auch weiterhin die Payback-Coupons einsetzen und so 10, 20 oder sogar 50-fache Punkte sammeln. Das macht die Karte auch besonders interessant für Mice & Mower Meilen-Sammler. Denn durch den Umtausch von Payback-Punkten in Meilen im Verhältnis 1 zu 1 kannst du so kostenlos deutlich mehr Meilen sammeln, als mit den Mice & Mower Karten selbst. Spannend ist auch der auf Wunsch aktivierbare Payback Max Turbo, mit dem du bei Zahlungen die doppelte Punktezahl bekommst. Neben dem Tausch in Mice & Mower Meilen kannst du die Payback-Punkte auch ganz einfach in Euro auf dein Girokonto überweisen lassen. Für Reisen außerhalb der Eurozone sind American Express Karten aufgrund der Fremdwährungsgebühren nicht so attraktiv. Bist du also häufig in Ländern unterwegs, die nicht den Euro als Landeswährung haben, solltest du noch eine kostenlose Reisekreditkarte im Portemonnaie haben. Unter dem Video findest du unseren Tipp für eine Zweitkarte, mit der du nicht nur die Fremdwährungsgebühren der Amex vermeidest, sondern auch die Abhebegebühren. Welche Alternativen gibt es? Eine Alternative im Bereich der Kreditkarten mit Payback-Funktion könnte die Payback-Visa-Flex-Plus-Karte sein. Sie ist allerdings nicht kostenlos, denn ab dem zweiten Jahr wird hier eine Jahresgebühr in Höhe von 18 Euro berechnet. Mit ihr sammelst du außerdem nur je 5 volle Euro Umsatz einen Punkt, während du mit der Amex schon je 3 Euro Umsatz einen Punkt sammelst. Kaufst du also beispielsweise etwas für 19,95 Euro mit der Visa-Flex-Plus-Karte, bekommst du nur 3 Payback-Punkte, während es mit der Amex-Payback-Karte 6 Payback-Punkte sind. Hast du noch Fragen zur American Express Payback-Kreditkarte? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.